Wir sind wieder zurück bei Trouble in Terrorist Town und wir spielen auf einer neuen Map mit neuen Regeln, beziehungsweise ne eigentlich keine neuen Regeln, wir wollten ja eigentlich wieder zwei Traitor machen, aber naja, jetzt haben wir doch wieder nur einen. Oh, oh fuck, ich fahre hier runter. In der ersten Runde und der Sarraza ist fast drüber. Hallo Erich. Hi. Oh, oh, hallo Dennis. Alter, wer findet denn so eine Scheißkarte? Oh, ich habe es geschafft. Krass. Boah, boah, Erich. Er ist überlebt, an der Wand erlangt. Erich? Noll. Boah, der ist ja schnell jetzt. What? Einfach einen Headshot gekriegt. Ja, Trich, du musst deine Aktionen überdenken. Ja, das war ja eine super schnelle Runde auf jeden Fall. Boah, explodieren. Ich war da ganz alleine mit dem Tobi. Oh. Aber eine geile Karte, was spielen wir denn hier? Voll die Sumpfgegend, ne? Hat er mir einfach einen Headshot verpasst. Voll Horror. Boah, hier schwimmen Tiere. Wo denn? Echt? Gibt's da was für Tiere? Die Wurst wird vom Fisch angegriffen. Meine Würstchenfreunde. Unter Wasser hört sich das witzig an. Oh, was sind das denn für Tiere gewesen? Keine Ahnung, irgendwie so Maden oder sowas. Maden im Wasser? Das sind Piranhas gewesen, Kevin. Nein, das waren keine Piranhas. Maden, die habe ich auch gesessen. Das waren übergroße Würmer. Das waren die Würstchenjäger. Oh, oh. So. So. Bin hier mit dem E-Ridge unterwegs. Der ist voll die Schrotplente. Hä, warum kann ich dich nicht nähen? Bin hier mit dem netten Dennis unterwegs. Mit dem netten Dennis? Mit dem fetten Dennis. Was ist das denn? Guck mal, Tobi. Alter, was ist denn mit dir los? Bleib mal stehen. Tobi, du fliegst, du schwillst bei mir durch die Luft. Hä? Du bist gerade die Treppen hochgeschwommen. Ich lauf doch hier gerade. Guck. Ja, bei mir auch. Hä, Saratza. Wie geil das aussieht. Sieht so geil aus. Das ist echt krass, wie er hier rumschwimmt. Nee, bei mir ist alles korrekt. Nee, nee. Das ist krass. Wer ist denn Traitor? Sind es denn jetzt endlich zwei Traitor? Sag doch mal gerade. Ja, oh, wer hat mich doch geschubst. Sag doch mal gerade, wer Traitor ist, damit wir jetzt wissen, ob es wirklich zwei Traitor sind. Es sind garantiert zwei Traitor. Nein. Also, so garantiert, ja. Also, bist du eins Traitor. Ja. Ja, toll. Ja, ich glaube der Dennis ist es. Slay Massive schießt auf mich. Okay, der Tommi. Der Tommi. Tobi auch, Tobi auch. Ja, ich wusste es. Gibt es nicht. Nein. Ja, toll. Das war doch sehr schön. Was war das denn? Hat er das Fass? Ja, ich habe das Fass. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das glaubst du ja, Fass gar nicht. Das ist ja unfassbar. Warum explodiert das nicht mehr? Weil das Spiel nicht mehr aktiv ist. Du kannst voll über den Boden titschen. Das ist ja voll geil. Der Wunde war ja ganz schön Fass. Diese Fische hier. Fische? Fische? Fische. Fische. Innozent. Innozent. Innozentrisch. Kaum sagt der Patrouillus. Wird den Tobi da weg. Ey. Boah, Alter, voll Hunde geweint. Alter, man fällt hier fast voll runter, wenn man direkt durchläuft. Oh, meine Nüsse klemmen. Was? Die Nüsse? Ich wollte mal gucken, wenn du irgendwas reinwirfst, ob die Leute dann reagieren. Hat ja geklappt. Achso, dann müssen wir mal rein. Oh, mein Gott, Dennis. Oh, mein Gott, Walle. Oh, mein Gott, was für Mittel du wiedergehalten musst. Was für Mittel? Lass lieber mal zu Waschmitteln. Was, was, was? Oh, Gott. Oh, oh, was ist denn gegen mich? Oh, sorry, ich habe, sorry. Ich wollte gerade die Wache wechseln. Oh, sorry. Ich wollte gerade die Wachse wechseln. Ja, 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 ja. Ich wollte die Witte wechseln. Die Witte wechseln. In Wattenschwester, dass er immer noch wieder rumschwimmt. Oh, Schuss. Da schießt jemand. Heilige Scheiße, die gehen echt kaputt. Alter, meld mich auf. Kevin steht oben auf dem Berg und... Da wäre der Lager der ist tot. Ja, ich bin's nicht. Ja, ich auch nicht. Ich beobachte dich nur, ob du schießt, Tobi. Nee. Ich brauche nicht schießen, ich bin innocent. Ich bin gut zu schießen. Aber der ist noch die ganzen Fässer kaputt. Ich bin ja nicht doof, Leute. Leute, wer ist denn hier am Fass? Dass es nicht mehr da ist. Aber fast hin. Oh, man. Wow. Wieder ein Schuss. Ja, ich schieße die Fässer hier kaputt, damit die oben uns nicht gleich aus dem heiteren Himmel abteilen können. Und klar. Na, glaubt mir oder glaubt mir nicht, ist ja eure Sache, ne? Jetzt bin ich hier mit dem Peyset alleine. Nee, doch nicht. Nee, ich bin noch da. Wo ist der? Hä? Peyset? Ja, ihr ist auch noch alter. Das Sentaro sitzt nicht mehr, ne? Den habe ich auch gar nicht gesehen. Peyset noch da? Er sagt doch nichts mehr. Doch, Patrick ist noch da. Ich bin doch hier. Der läuft hier. Achso, ja doch. Komisch. Aber schon verdächtigt, dass Patrick auf einmal alleine bleibt. Ist Patrick tot, oder der steht neben mir? Ist der Sarrazer tot? Der Sarrazer ist tot, ne? Der Sarrazer ist tot, ne? Irgendwie ist er auch. Sarrazer? Ich bin hier oben. Sarrazer ist tot? Ja. Ich habe hier oben alles auf. Ja, Sarrazer ist tot. Der wurde vorhin... Äh, Dennis? Ja, ich bin... Aber wo? Ich habe die Leiche auch noch nicht gefunden. Du warst mit dem Sarrazer unterwegs. Was? Ich weiß gar nicht, wo seine Leiche liegt. Ich habe die ganze Zeit Fester kaputt geschossen. Ich beobachte die ganze Zeit, dass seine Leiche... Da vorne liegt seine Leiche. Da ist Dennis. Ey, ich beobachte die ganze Zeit reingeklitscht. Ich beobachte die ganze Zeit den Tobi und den... Was ist denn der Helle? Boah, ich werde hier... Boah. Patrick! Und wem? Patrick ist es? Nee. Nee, Sascha war es. Sascha war es. Hä? Nein, ich war es nicht. Ich war es nicht. Erich, Schießer. Der hat erst... Hat gerade jemanden getötet? Ja, weil... Nee... Warte mal kurz. Der Erich da unten, Leute. Kurz mal untersuch... Jawoll! Der Erich! Der Erich! Erich, warst du alleine... Warst du alleine Traitor? Nein, ich war mit dem Patrick Traitor. Ach, okay. War denn der Patrick getötet? Ich habe es aber total versaut, ey. Und der Curry camp die ganze Zeit da oben, oder was? Nein! Ich habe euch nur beobachtet. Oh Mann, ey. Wann... Nur beobachtet, ist geil! Der Tobi und der Curry waren die ganze Zeit da oben. Und ich dachte die ganze Zeit, die warten einfach nur auf den richtigen Moment. Boah, die werden vorgehettet. Boah, was mache ich denn jetzt hier? Alter! Und tot! Nein, Tobi, machst nicht! Ach so. Was? Was war das denn? Ich dachte, weil Round Over jetzt war. Ich dachte, das überträgt sich dann. Guck mal runter. Mein Karma ist 1000. Yeah! Will die Shotgun haben? Mein Karma ist 1000. Komm ich ja gar nicht runter. Aber das war voll groß. Mein Karma ist 1000. Ah. Dennis ist hier und schieß... Ich bin innocent. Auf Fässer. Du meinst fast immer 1000. Ähm. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Wer ist denn da oben? Ich bin hier oben als... Ei! Wer ist geschossen? Wer ist geschossen? Tschüss! Hier ist einer runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Wer fällt denn da runter? Warte mal, hier ist eine Leiche. Hier ist eine Leiche. Ich bin runtergefallen. Der Curry ist da oben bei der... Ja, ich habe Sarazard gerade gefunden. Kurz vorher war doch jemand, der hier runtergefallen ist, oder? Das war der Payser. Hallo, Tobi. Hi. Jetzt mich jetzt hier hin und wenn einer reinkommt, töte ich den. Ich komme nicht mehr raus. Alter. Es ist wieder so weit. Ja. Müsst du raus? Nee. Der Dentschreund hat hier auch böse rum. Alter. Boah, ich schieße ab. Da vorne schieße jemand mit einer Schrot. Ja, das bin ich. Ich schieße die Fässer kaputt. Hallo, hallo. Könnt ihr uns mal bitte hier raus helfen? Was können wir das denn machen, Leute? Wir kommen hier nicht mehr raus. Keine Ah, jetzt. Warte. Du musst hier hoch. Wo? Warte. Yes. Oh. Alter. Sascha ist hier raus. Alter, mal leid auf die Felder, ey. Sascha, zieh mich raus. Zieh mich raus. Was ist das für eine Map? Mach jetzt einen auf Curry und beobachte alles. Oh. War Erich. Tut mir leid. Wo warst du Curry gerade? Also ich glaube eh, das ist Tobi und Dink. Alter, du musst hier echt aufpassen, ne? Pass auf, Patrick, du darfst da... Oder wer ist das da? Patrick, du darfst da nicht reinlaufen. Das zieht dich wieder runter. Guck mal, der Erich, der ist wieder am Schwimmen. Was ist das? Nein! Nein! Oh Gott, wie er da runtergefallen ist. Ich sag's noch, weißt du? Ich sag's noch, Mann. Patrick ist tot. War der Traitor? War er Traitor? Ne. Ah. Oh, er wurde angeschossen. Es wurde angeschossen von dem Sniper. Von oben. Ähm, der Erich ist vorhin hochgegangen. Der hat gesagt, der hat beobachtet. Deswegen glaube ich, dass er es war. Der ist oben irgendwo. Nee, der ist hier bei mir. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Das kam ja von oben. Aber er wurde gerade angeschossen. Aber wer ist denn oben? Wer ist das da hinten? Was für eine Waffe hat der da hinten? Der Taros hat einen Sniper. Guck mal, der ist ganz allein da hinten. Aber ich war unten. Das war auf jeden Fall ein Sniper schossen. Ich war unten. Der Taros war aber hinter dir. Ich glaub der Taros ist es. Wer hat alles... Wer hat alles... Wer hat alles ein Sniper? Warte. Und? Der wird's direkt getackt. Der war Traitor tatsächlich. Genau. So. Das war zu verdächtig Sascha. So und jetzt? Aber ich hab ja Gott sei Dank nicht geschossen. Also mir kann es nicht widerliegen, dass ich auf Verdacht geschossen hab. Ja, ich hab geschossen. Hatet mich. Wer lebt denn jetzt noch? Wer hat denn den Taros gerade erschossen jetzt eigentlich? Ich hab den erschossen. Ich hab keine andere Wahl, als dass es der Taros war. Ja, dann bist du der zweite Traitor, Erich. Und dann lebt der Tobi noch? Ja, genau. Das hast du als Ablenkung gemacht. Ja. Lebt der Curry noch? Lebt Curry noch? Curry? Curry? Ja, ich lebe noch. Der Curry beobachtet wieder von irgendeinem... Ey, ich schwimm hier rum, Erich. Jetzt mal ehrlich. Genau. Ja, schwimm mal vorbei. Jetzt mal Erich. Erich, jetzt mal ehrlich. Oh, Tobi. Tobi, er zappt. Du schwimmst wahrscheinlich so gut. Ich schwimmst wahrscheinlich so gut. Unter den Platten. Alter, Erich. Tobi hat so zerfetzt. Oha. Curry ist es. Curry ist es. Curry war so klar. Ich hab auszusehenden Tobi mitgenommen. Ich wollte ihn gar nicht töten. Ich wollte auf das Fach schießen. Fach. Weil ich dachte... Curry ist hier unten. Nein. Jawoll. Ich hab nicht mal geschossen. Ich hab geschossen. Der Camel war das. Voll der miese Hund, ey. Voll der miese Hund, ey. Ist so. Was? Voll der miese Hund? Warum das denn? Mit dir rede ich nie wieder ein Wort. Ey, ich hab dich nicht erschossen. Ja, sorry. Ich war das. Sascha hat dich erschossen. Sascha, da warst... Hättest du die Waffe gewechselt, hätte das nie einer gemerkt. Gerade... Nee, ich hab ja den Schuss nicht gemacht. Das ist es ja. Ich war das ja nicht. Das war der... Der hat er wirklich nicht gemacht. Wer war das? Wer war das von oben? Kevin. Ich war das. Von oben. Nicht von hinten, so wie du es gerne hast. Ich wollte die grad zum Schock schmeißen. Boah, ich hab grad hart an meiner Coca-Cola getrunken. Voll die krasse Produktplatzierung. Hart. Kann man denn hart an seiner Cola... Kann man denn hart an seiner Cola... Was ist richtig ausgeschlürft oder was? Hart ausgeschlürft. Reingebissen, ey. Kann ich wissen, was er mit seinen Hörer ist. Denken jetzt wirklich Leute, ey. Voll krass, krieg ich denn 10.000 Euro dafür. Nur? Echt? Kriegst du 10.000 Euro dafür? Ja, voll der gute Deal. Dafür muss ich nur zwischendurch mal Cola trinken. Ich hab in demselben Moment auch grad an meiner Cola getrunken. Sieht man übrigens hier auch nochmal in der Kamera. Ah, genau. Oh mein Gott. Was ist los? Der Patrick kriegt 20.000, weil er VDSL hat. Bei dem läuft niemand schneller. Ja. Noch schneller trinken. Hallo. Patrick ist aber glaube ich tot, oder? Nee. Ich bin ganz nett. Patrick. Patrick. Ich bin netter. Patrick. Hallo Kevin. Patrick. Hörte mich doch Kevin. Patrick. Patrick. Der Patrick ist tot, glaube ich. Der Patrick ist tot, ja. Oder der Patrick isst und sagt einfach nichts. Ja, ja, ja. Das wäre zu auffällig. Überhaupt nicht. Würde ich ihm auch zutrauen. Ich glaube, der Patrick wäre so arg. Ich glaube, dass es so auffällig ist. Und das ist der Tobi. Tobi, warum sagst du die ganze Zeit nichts? Ich hab doch gerade schon die ganze Zeit was gesagt. Ja, ja. In der Map gibt es eindeutig zu wenig Schrot finden. Hallo Patrick. Das ist echt krass, ey. Patrick. Aber viele Sniper und Sniperplätze. Ja. Ja. Nein, Beobachtungsplätze, Erich. Der Dennis Digitierung. Entschuldigung. Aber guck mal, ich hätte ich jetzt idealerweise... Tobi ist gerade im Traitershop. Ja, das kann ja auch alles in Ablenker. Was, der ist im Traitershop? Hey, ist es Bullshit. Ich bin überhaupt nicht im Traitershop. Ich versuche hier hoch zu gehen. Du lachst, du lachst, Tobi. Natürlich. Der Tobi hat gerade gelacht. Warum ist das denn, Sascha? Ich hab die Leiche auch vom... Weil der Tobi hat gerade unter Wasser gemessert. Und das kann man nur mit einem Messer. Hä? Unter Wasser gemessert? Wenn du es gesehen hast, ist es ein Beweis. Warte, 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 warte. Warte, so, guck mal hier. Ich geb dir meine Waffen hier. Pass auf. Ich möchte es nicht schuld sein. Hier ist die Crowboy. Ich hab nur gesagt, was ich gesehen habe. Die Diegel. Warte, 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 die Diegel. Achso, ich dachte, die Diegel hätte beruhig. Die Diegel gibt's auch. Die Diegel gibt's auch. Die Diegel, die Diegel. Hier ist Tobi hinter uns. Ich hab sonst gar nichts zu sehen. Also beruhigte euch. Ich hab sie nicht gesehen. Ich kann's nicht sagen. Also Tobi ist bei mir auf der Liste. Tobi, die Muffins haben dich im Auge. Haben sie das? Curry? Ja. Lass mich doch vorbei. Lass mich doch vorbei. Der Dennis wollte uns umbringen. Nein. Eine Kiste brennt. Wer hat hier geschossen? Ich schieß die Fässer kaputt, Leute. Warum machst du das? Weil oben wahrscheinlich irgendwo ein Sniper sitzen. Nein, lass es sein. Wir sind doch alle hier unten. Okay, dann ist gut. Wir sind alle nette Leute. Warum zieht der Taro so auf uns alle? Hä? Und sucht nach einem was? Ich geh jetzt so hoch. Ich sehe grad nix. Da der Tobi den Verdacht auf jemand anderes ablenken will, glaube ich, dass es tatsächlich der Tobi ist. Aber ich bin mir nicht sicher auch mit euch hier so rum. Ja, aber du hast grad versucht mir das anzuheften, Alter. Das bedeutet ja nix. Das bedeutet ja nix. Weil du die ganzen Leute hier kaputt schießt mit deinen Fässern. Ich hab niemanden kaputt geschossen. Aber das ist mir hier zu voll. Natürlich. Na weh denn? Ja, das ist mir auch zu voll gerade. That's what she said. Also, ich wette eine Million Euro auf Tobi. Nee. All in. Was zum Teufel? Ich geh all in mit. Ich hab nur die Kiste kaputt gemacht. Hey, Masterf is's. Sascha, ich klem dir hier fest. What? Überhaupt nicht, ey. Alter. So, ich dachte du wärst. Bin mit Sascha oben auf dem Felsen. Tobi, Tobi is's. Ja, sicher. Tobi is's, ja. War klar. Ja. Meine Tread time is. Wie geil. Der Drecksack mich zuvor am Anfang weggeholt hat. Nee, ich hab's gar nicht mitbekommen. Der Patrick war's auch. Der Patrick war's nicht. Der Patrick war's nicht. Der Patrick war's nicht. Wer war's denn noch? Der, 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 der Tobi und der Tobi. Ach ne, der Tobi. Tobi. Aber Tobi, du hast es noch ein bisschen zu offensichtlich gemacht beim Wale. Wer war denn das von euch beiden, der mich getötet hat am Anfang? Was hast du gesagt Sascha? Ich hab dich getötet, Patrick. Ja, beim Wale vielleicht. Vielen Dank. Tobi, hast du den gemessen? Hast du einen Headshot mit dem Neif? Nee, ich hab dem einen Headshot gegeben. Was hat er da gemacht? Was hat er da gemacht? Ich war, ich hab grad meine Katze von der Tastatur geschoben. Das ist natürlich ein Indiz. Das hat natürlich so ausgesehen, als ob du gemessert hast. Geil, Tobi. Ne, ist wirklich so. Die Katze ist traitor. Boah, was war das denn? Wie heißt deine Katze Tobi? Äh, Sammy. Heißt die Katze. Sammy? Ja, Sammy. 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 Ohhhh. Krieg nur das gute Wiskas. Ich hab auch noch zwei Meerschweinchen, die heißen Sido und Liden. Ja, Sido und Liden. Geil, Alter. Nee. Hat er nicht, ey. Es war eher irrend. Hat er sagen, er hat mir geschickt, Alter. Geil, Alter. Voll geil. Voll kaputt. Kann man von da oben runter fahren, in diesem Teil? Aber wie heißt denn dein Hunde? Den hast du ja wirklich oben, ne? Ja. Der Hund heißt Amy, ja. Okay. Ist aber eine Katze, die wirklich Sammy hat. Aber nicht Weinhaut. Haha. Haha. Das kann doch nicht sein, dass hier immer alle Shotguns weggezockt werden. Boah, Gott sei Dank hat er den jetzt rausgehauen, weil den wollte ich nämlich raushauen. Hallo, hier ist noch eine. Ja, vor allem der Witz ist ja, dass die Winehouse heißt, weißt du? Ja. Winehouse, ne? Und Alkohol und so, weißt du? Alter! Derrick war's. Was? Hab dir mal ein Handy gegeben. Was? Ein Handy? Hast du? Ein Handy. Hab ihn. Was hat er denn? Der liegt hier oben. Boah, komm hier oben. Alter, der hängt. Sascha, was willst du? Nein, 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 nein. Wer ist denn der Saalbahn? Was macht der denn? Alter, wie geil ist das denn? Ich will wieder hochfahren. Ich will hochfahren. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich will hochfahren. Warte, ich will hochfahren. Nochmal. Boah, wie cool ist denn diese Seilbahn, bitte. Ja, wir müssen da hoch, komm. Ja, das ist eine Seilbahn. Komm mal denn da hoch. Da vorne rechts ist ein Leiter. Aber da könnte natürlich jetzt auch C4 oben liegen, ne? Könnte. Das ist ein Trick. Wer ist denn da gefahren gerade? Der Taros. Sascha. Ja. Hör, hier den Todass oder der Erich? Hier liegt auch ein Fass, Vorsicht. Ja, ein bisschen schon. Boah. Wieso? Ich bin doch hier oben. Alter! Ey! Boah, wer war das? Was ist das? Sarazan? Das war ein bisschen zu... Was war das denn? Zu offensichtlich. Sarazan, Sarazan, ich krieg euch nicht. Oh, du bist doch eine Sau, ey. Weißt du, ich wollte dir eine Shotgun bringen, ey. Oh mein Gott! Ey, du hättest, weil du wirklich ohne Scheiß, du hättest oben auf das Fass schießen müssen. Ja, ich wollte eigentlich auch die Pester nutzen, aber dann dachte ich eigentlich, du bist gar nicht so schlecht hier gerade, weil wir an dieser Brüste waren und wenn einer zur Seite geht, fällt der runter, weißt du? Ja, ja. Und da hast du keine Drehungsmöglichkeit, aber wir haben halt auch beinah funktioniert. Du bist ja auch fast tot. Ja, ich hab gesehen, wie die Kugel an mir vorbeigeflogen ist, Alter. Ja, du bist, ich hab dich ja beinahe mit erwischt, aber leider hat's ja nicht mehr gereicht. Neue Runde, neues Glückwunsch. Er war zimmerfried. Er ist da gerade gestorben. Last round. Er ist gestorben? Aber lustig war's. Ja, ich bin in der Luft gespawnt und runtergefeiert und gestorben. Ja, ja, das hatte ich auch schon, genau. Ist aber, glaub ich, wieder da, ne? Und schon wieder innocent. Ey, ich bin tatsächlich auch jetzt wieder innocent. Ja, es kommt wieder Dennis, das könnt ihr gerne überprüfen. Hast du gerade fick dich gesagt? Ja. Das hab ich aber auch verstanden. Ja, gerne. Boah, das war echt mies, wie der Patrick mir einfach so'n krassen Headdy gegeben hat. Ja, und dann jetzt noch fick dich, also der Patrick, der treibt sich auf die Spitze heute. Los, Kevin, fahr mit der Seilbahn. Ja, ich fahr jetzt mit der Seilbahn. Wie geil, wie geil. Oh, wie geil. Der war schon gut. Hi. Was? Hallo, Tobi. Nein! Hi. Ich lebe noch. Der Sascha hat mich runtergeschubst. Hä, nein! Scheiße! Oh, Patrick, Patrick, was machst du hier? Ey, der Sascha schubst die ganze Zeit die Leute runter. Ohne Witz, wie habt ihr das damals gemacht, dass ihr hier unten rausgekommen seid? Ja, Dennis. Nein! Sag mal, Tobi. Ich weiß es, du musst an so ner Ecke rumlaufen. Ich fahr jetzt auch mal. Ja, schießt jemand auf mich! Wer ist es? Hallo! Ich bin tot. Erich! Hallo! Tobi, das wollte ich nicht. Worauf hast denn du geschossen grad, Curry? Ich hab auf dich geschossen. Tobi, bist du's? Was denn? Aus Versehen! Tobi ist der Traitor, der hat grad den Dennis umgenietet. Da war jemand mit ner Schrotflinte. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war jemand mit ner Schrotflinte, bin mir ziemlich sicher. Ich hab ja nicht mal Schrotflinte. Und der war in dem Teich da recht vor mir. Tobi ist es hier. Ich hab ja nicht mal ne Schrotflinte. Tobi! Ah, da hast du gelogen. Ich hab nämlich gesehen, dass du an hast. Ich musste die ganze Zeit lachen, weil der Tobi die Leiter nicht hochkam. Entschuldigung. So, jetzt. Hä? Alter? Bist du bescheuert? Oh Gott. Erich! Erich schieß auf mich! What the fuck? Das war schon... Das war schon... Das hast du jetzt bei mir durch die Map geschwommen. Es tut mir so leid, Tobi. Weißt du, der Erich tötet seine eigene Traitor-Kamera. Ey, ich war nicht einmal Traitor heute. Man hat das Tee nicht gesehen von dir. Boah. Man hat das Tee nicht gesehen. Es ist rot, Erich. Es ist rot. Es kam aber da hoch und war genau unterlegt. Ja, es war unterlegt. Er kam gerade so die Treppe hoch und hat das Tee nicht gesehen. Der scheint doch nicht so beruhig. Oh Mann. Das war's wieder für diese Runde, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.